So, Model 10. Wollen wir mal ne Runde sterben jetzt. Ich mach jetzt Shotgun. Wird wahrscheinlich nicht laufen. Die Grafiken in Battlefield 1 ist aber schon ganz schön schlecht. Waffen sind doch überhaupt nicht detailliert. Trotzdem geiler als Battlefield 5. Ja, aber die Granate bleibt zurückgegangen. Ja! Sniper Schuss! 14%? Geht schon los ne? Der Ohm im Haus. Einsatz Ziel B verloren, ey ne. Geht schon gut los. Ey, der Panzer. Der Panzer. Ich begrüße die. Hinter mir ist ein SMG, Mann! Alter, wo bin ich denn gespawnt? Was ist denn hier für'n Krach? Was ist denn hier für'n Krach? Was machen denn die dummen Nachbarn schon wieder? Dreh'n Porno. Jetzt hast du drüber. Ich kann's ehrlich, irgendwas bummert hier, als wenn hier irgendwie ein Festival nebenan ist. Dummer Hukensohn! Oh, ich bin schon wieder fast tot, ey. Du sitzt in der Ecke? Yo, Digga! Wie siehst du mich? Ich muss mal gucken, was das ist hier. Ich sehe dich nicht! Ey, wenn du dich bewegst beim Schießen, ne, die Streuung ist absolut krass. Hm. Wie ist denn hier? Ist komplett anders als ein Battlefield V. Ey, sie dir sogar Granaten-Spam, ne? Nein, hier steht ne- Hier liegt ne Granate. Ich lauf' voll in die Granate rein, Mann. Oder 20 Gegner kommen, Mann. Ey, ich weiß halt nicht, was ich spielen soll, Mann. Ich brauch sowieso ne Art STG, aber sowas gibt's hier nicht. Nee. Jetzt bin ich auch wieder am überlegen, ey, was zock ich, ey. Ich brauch ne richtige vollautomatische Waffe, Mann. Ach, was weiß ich. Komm, es gibt doch hier keine Muni-Kisten mehr, oder Medi-Kisten, wo du dich heilen kannst, ey. Porno oder so, oder was weiß ich, was die machen, ey. Porno mit Surround-Systemen. Keine Ahnung, was die machen. Ist das was, was man im Hintergrund hört? Irgend so bummern hier. Weiß ich auch nicht, als wenn einer übelst was aufgedreht hat. Ja, liegt einer! Nee. Nee. Der Level 10er kämmt sich ab, ey. Oh, da hätten es null sollen. Er kämmt sich absoluter nach. Mann, treff ich doch! Wie ging denn, wie ging denn, wie ging denn TNT nochmal? Ich drück X, er drückt da links sich unten. Er hat L2 zum Bergen und er hat L2 zum Zündchen. Ja, er kämmt einen Sniper da drüben, ey. Du bist ein dummer Huren. Dummer Hurensohn! Die Granate, Mann! Ich bin 10 Meter weit weg davon! Ey, die Sniper fucken mich schon hart ab, ey. Schon, schon heftig. Naja. Nicht witzig, ey. Gämmen sich auch absolut ein ab. Das Geile ist aber, dass du hier von alleine regenerierst, man. Da brauchst du dich um nichts mehr kümmern, ey. Ja, es dauert aber auch ewig, ey. Naja, dauert eine Stunde, aber ist trotzdem geil. Das Geld für den Hammer, Mann. Hinten bei den Zügen sind sie auch wieder, Mann. Ja, Digga, ey, komm. Es sind auch ewig viele Häuser, wo du dich reinsetzen kannst. Vier und fünf Spiele unterwegs. Hurensohn. Das sieht man doch überhaupt nicht, weil wenn er da drin ist, dann liegt. Ich bin bei A. Ist da noch einer? Komm mal, ich bin bei A, komm da hin. Oh Gott, na scheiße. Ich bin so drauf. Aber die Hand hat da keine Hipbox. Stell mich auch in die Ecke, du holen so. Und das, was du kannst, kann ich schon lange, Mann. Wenn du mich holen kannst, du? Hm. Hallo. Sheldau, sag doch was, denn. Ja, ich hab doch gerade was gesagt. Ja, ich hab doch gerade was gesagt. Ah, Mann. Was hat ein No-Damage-One gemacht in Sekiro? Ja, komplett? Hm. Ficken. Der Typ rastet aus. So lange hat der Bus gebraucht? Aber Shura-Ending, oder? Ich glaub schon. Trotzdem nice. Ja, das ist Shura-Ending, ja. Heftiger Schein. Ja, der Typ geht ab, Mann. Der hat God of War auch gemacht, ne? Die Walküren, oder was er gemacht hat. Das Granate! Ey, Mann. Ich hab nur No-Damage gemacht. Shock-Gun-Sniper, alles. Ich bin Träuter. Ich bin Träuter. Ich hab den Glitch beim ersten Boss-Versuch, wo du den nicht besiegen musst. Bei mir klappt das nicht. Der springt nämlich an diesen... Hast du den schon mal gesehen, den Glitch? Der springt an einen von diesen Holztürmen hoch, und dann hält er sich fest, und dann springt er da auf die Mauer rüber, und dann ist er auf dem Dach drauf von dem einen Haus, und dann lässt er den... Dann lässt er den ersten Boss angerannt kommen, und wenn er dann vom Dach runterspringt, rennt der Boss ins Leere und fällt in den Abgrund. Und dann kriegst du die Erinnerung rein. Ich komm gar nicht auf den Holzturm rauf. Ich kann mich da gar nicht festhalten. Er kann sich einfach festhalten und hochklettern. Musst du dir mal angucken. Von den Typen, der den Speedrunner gemacht hat. Kannst du das mal sehen. Ziemlich beeindruckend, eigentlich. Er liegt hier. Er liegt hier! Zu zweit! T-Bag ist raus, ihr dummen Idioten. Hier, guck, soll ich an die Bastarde. Ihr seid hässlich. Guck, der mit Midpoint den Typen an. dem ersten Boss. Ich weiß nicht, wie der heißt jetzt. Loseler Selosen, oder? Er kämmt da oben mit den Endweigten, hör doch auf! Er sitzt da weg! Diese Schmalzlocke, diese komische. Nicht der Fast Khan, der ist das nicht. Ja doch auf mit dieser hässlichen Scheiße, ey. Oh mein Gott, hab ich da verkackt gerade, ey. Laufdur, Mama. Ey, was ist denn das für... Gucken die da, ey. Lächerlich, ey. Wie weit die zurückgedrängt haben, Mann. Wie hardcore zurückgedrängt, ey. Ja, das ist schon ganz gut so. Ist wieder rein. Was ist denn mit dem Scheiß Gas hier los, Mann? Oh! Jo, wie kannst du mich noch treffen, ey. Das Nachtzieferneidbox ist ja auch. Ich glaube bei B ist auch ein kleiner Ansturm, ja. Bei B. Digga, ist doch bei B, guck doch da noch. Alter. Und der Genni Schiro wegfickt, das wär da nix, ey. Ja. Er macht das auch ohne Upgrades und so. Mhm. Also keine Schadenserhöhung, keine Lebenserhöhung. Nein, er sitzt da mit dem 1911 im Eck. Der Snipermann. Nur durch blocken, parieren. Ja, nur durch parieren, ja. Ich hab keine Muni mehr. Ja, ja, ja. Ist doch viel bessere Chancen hier oben. Das läuft jetzt alles viel, viel besser. Weil das nicht so schnell ist. Es ist einfach viel mehr Chancen hier auch in dem Game. Aber du bist 15 Uhr gefickt. Na, ich brenne. Ich brenne schon wieder ohne Grund. Schrotmann. Ah. Idiotenpack, ey. Oh, einen noch in Angriff. Oh, nee. Oh, nee. Du scheiß Bini. Oder was er im Panzer? Du scheiß. Ich erinnere mich an dem Dreck. Oh, der kommt schon im Panzer. Ich geh mal zu A. A wird eingenommen. Oh, ja. Ist klar. Oh, der A ist auch ein Panzer. Oh, du kannst mich bitte holen. Der A wird auch gesnipet. Granate! Granate! Raus, hol uns, du! Fickt euch, Juhu und Sinne. Kriegt mich nicht, Mann. Du Idioten. Schön mit der Schrot, Mann. Damit ihr wisst, wer der... Babo ist, einer. Ja. Also, wie du mich in so einem Winkel treffen kannst, ist mir ein Rätsel eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Munition, Mann. Zug ist fast down. Ja, du bist doch... Oh, ge... Ey! Jetzt liegt zwei Meter neben mir, hole ich mich nicht. Zwei Meter, ja. Zug ist kaputt, sehr schön. Schmarrn. 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 Hol'n sohn, Anna. Schrot, Mann. Jo, Panzer, komm. Fack schon wieder an zu brennen von nichts. Dummes Stück Scheiße. Hol'n doch. Scheiß, Wohrenpanzer, ja. Ganz ehrlich. Ja. Ah, da steht der Panzer dahinter. Ja, klar! Nein! Von drei Seiten kommen Sie, Mann! B. Ich glaube, er sieht ganz gut aus. Das ist doch schmarrn. Ey, die Jägerschrot, ey. Die hat eine Reichweite, die Waffe, ey. Ist unnormal, ey. Ah, der Panzer, scheiße. Geh da rein, du Hurensohn. Das ist kacke. Mach den Panzer kaputt, Mann. Er hat nicht mehr viel. Es ist lächerlich. Ab dem Panzer, Handy. Ey, da liegt ein MG hinten, ey. Du kommst hier nicht vor. Granaten-Spam. Macht auch Spaß. Na, die werden hier ganz schön gefickt, ey. Beide Ziele erobert, Mann. Die werden hier ganz schön gefickt, ey. Beide Ziele erobert, Mann. Ich glaube, jetzt haben wir sie, haben wir sie größtenteils geknackt, glaube ich. Jetzt werden sie nicht mehr Herr der Lage. A und B gleichzeitig. Egal, welches jetzt angegriffen wird. Wir sind direkt präsent. Wir haben Mörsert, ey. Wir haben Mörsert, ey, weg. Hier oben sind die drinnen. Die sind hier oben im. Oben sind die oben drinnen in dem. Oh, das sind Flammenwerfertypi. Flammentypi auf dem Weg zu A. Da sind sie dann, Mann. Ich baue noch ein paar Kills. Oh, wie ein Kill da war, Mann. Oh, Junge. Keine Mödie mehr. Ich habe das wirklich. Ist auch geil mit der automatischen Heilung, Mann. Das ist auch ganz cool, ey. Hat keine Ahnung. Ne, was auch scheiße. Ich nicht, ne. Okay, das ist jetzt wirklich ein Nachteil, dass man hier nicht mehr hat. Weil er hier keine Mödie Kisten hat. Ja. Aber er sieht ja hier überall was rum, ey. Da droppt ja hier nie einer was. Oh, die sind alle hier vorne, Mann. Die sind hier vorne, wo ich bin. Hier, wo ihr auch seid, ja. Da sind zig Leute, ey. Die sind hier hinten, Mann. Die stehen alle hier hinter. Er drückt durch, Mann. Hör doch auf. Die stehen jetzt da. Da kommen wir jetzt aber scheiße hin. Bei B, bei B ist wieder einer. Hier auf dem Weg zu B. Ist tot. Ey, die Model 10, Mann. Die hat eine Reichweite, die Waffe. Mann, die Feder rauf, ey. Entfäusch mich. Entfäusch mich doch nicht so. Ah, scheiße. Jetzt hat er mich. Fuck. Er drückt durch. Da wird ja reingenebelt, ey. Oh, hier sind welche auf dem Weg zu. Der Blaue liegt ja weg, ey. Scheiße. Er war blöd. Wir haben Flammenwerfer. Ja, ja. Bei B sind welche? Die sind zu B. Ah, scheiße. Ich hab sogar ein Bayonett auf meine Schrot. Das ist natürlich nice. Oh, Mann. Da sitzt eine SNG, Mac. Mann, ey. Och, Medic, hol mich doch, Mann. Äh, danke. Ey, der andere ist ja... Naja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Brrrr. Brrr. Brrr. Untertitelung des ZDF, 2020